Hallo und herzlich willkommen zurück. So wie ich ja am Ende dazu gesagt habe, brauchen wir Lohre. Ich bin jetzt hier zu einem Löschergebiet im neuen Gebiet gelatscht schon mal. Und ich sehe da hinten hier ein fettes Viech, was ich noch nicht kenne. So, dass ich aber nichts anscannen kann. So, dass ist ein Siebel kann hier? Das kenne ich. So, dass ich das. So. Gucken wir mal, ob das wir hier hin... Ja leg es richtig ansonsten, dass ich... Oh, ich kann es einfach... Okay. Okay, ich hab's. Trumpla. Okay. Ich würde sagen, wir machen immer hier in die Richtung und machen das Banditenlager. Okay. Ganz kommt hoch. Ich schätze fast örtlich. Doch. Gut. Wir haben wieder ein paar. Hier ist das Banditenlager. Ja. Da machen wir uns den Weg. Jetzt haben wir hier eine verdorbene Zone, glaube ich. Was ist das? Weil hier ist das Läufer-Area, keine Ahnung. Hier ist eine neue Aufgabe. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Banditenlager und holen uns dann hier die neue Aufgabe. Würde ich sagen. Ja, hier ist eine verdorbene Zone. Hier ist auch noch ein Banditenlager. Hier ist auch noch ein Jagd-Gemieter. Hier ist noch ein Jagd-Gemieter. Aber wir machen mal Erzeskills. Das Banditenlager. Okay. Hier ist die Frage. Wie komme ich hier auf diesen Börsen drauf? Und wo stehen Wachen? Und wo sind böse, böse Maschinen? Und wo sind böse, böse Maschinen? Ein Banditenlager entdeckt. Mhm. Stufe 12. Okay, das sollte ich mit meiner Stufe 20 also, ähm, so ein Button kriegen. Okay, da ist wer? Okay. Hallo? Als ob ich hier nicht, als ob sie sich da nicht festhalten kann. Oh, Leben. Okay. Wir wollen das Sneaky machen. Will hier jemand meine Aufmerksamkeit ergeben? Okay. Okay. So. Boah. Wenn ich schon kippe, wie ich auch so empfinde. Nur 11 Euro. Mit 10 Metallscheren. 10 Euro. Warte dabei. Und dann ist 1 zu 1 Euro Bereich. Ähm. Das Ding ist, ich muss gucken, wo ist der blöde. Äh. Alarm. Ist das denn der Alarm? Vorratskisten? Vorratskisten, Vorratskisten. Da ist die Ersammanlage. Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken und alle in der Umgebung. Komm endlich raus, du Dreckstück. Hier ruft niemand Verstärkung, das ist ja voller Fails, hier ruft schon mal keiner Verstärkung, das ist sehr gut. Die ist auch tot. Wo haben da eine dicke Maschine liegen, ok. Da haben wir noch wen, da haben wir noch Leute. Wie meckert hier rum, ah da. Boah, das war mein Sniper Schuss. Das heißt, dieser Totenkopf. Das war's mit meinem leisen Aufruf. Ach, weil das der so ne dicke Gummer hat. Ja, haltet die Fresse. Was für ein lamer Kampf. Halt. Das war doch voll ins Gesicht. Wie lohnt sich die Wünsche? Schöpfel. Schnüffelt hier immer noch rum. Nee, die Halle, wenn sie... Ah! 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 Ich kann niemanden sehen. Oh, welche Gefangenen. Du hast doch gesagt, ich bin Gefangenen. Ich kriege keiner. Ja. Ich mache dich kann. Und die in Kämpfe? Ja, ich sehe hier keiner. Ah, hier! Juhu, Kopfschuss! Aber ich wollte gerade sagen, waren es immer noch nicht alle! Das hätte mich gewundert, wenn... Eine Nora kommt jetzt da. Hi! So, Aloha, geht bitte! Ich habe mich gerettet. Hier nochmal, das ist die Meuro. Ich habe keine... Ach, ich werde wohl noch ein bisschen verkaufen. Kaufen. Oh, Rohstoffe. Flora. Kaufen. Oh, Rohstoffe. Flora. Dann kann ich... Bestimmt an... Ach, hier brauche ich auch ein Logo für. Okay. Okay. Alles klar. Das war ja jetzt mal eine saubere Leistung, Leute. Ja. Nächste Woche kommt hier ein Stein und ein Treib. Ja. Ja. Vielleicht was der Trick. Könnte ihr gebrauchen können und gut ist. Gut. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Nein. Und jetzt laufen hier auch noch die Nora rum. Oh, stell dich mal bitte nicht wahren. Ich habe hier gerade... Hier wo... Hier konnte ich... Habe ich eine neue Aufgabe gekriegt. Lauf ich hier einfach mal weiter. Wüsste ich das zerproben, den man da sieht. Hä? Falsche Richtung. Da muss ich hin. Nee. Die Richtung? Die Richtung. Hier war doch eine Aufgabe. Vor dem Monat. Ein Banditenlager. Für mich. Jetzt? Nicht mehr. Hm. Viel kleiner. Hallo? Vielleicht war das ja das. Erledige das Banditenlager. Hier ist... Hier will ich hin. Hier ist eine Ansammlung von Häuser. Keine Ahnung. Vielleicht ist da eine kleine Siedlung. Aber mir muss... Ich muss schon sagen... Hier so... Diese... Wüste... Steppe... Der ist auch... Das gefällt mir schon gut. Rappenschwer. Das sieht schon cool aus. Ja, das ist jetzt die... Die Frage der Fragen... Dann komm ich da rein. Da unten ist ein Tor. Dann komm ich da den Weg hin. Alles klar hier runter. Waaah. Ich kann nicht Schaden kriegen. Ach, perfekt. Bleib auf den Wegen. Okay. Maschinerie... Also okay. Okay. Nach... Tag... Trun... Und wo... Was ist das hier? Keine Ahnung. Das Wildschwein... Nein. Das unsterbliche Wildschwein... Ey, das Cheatet. Das Schwein Cheatet. Nein, ich hab nochmal... Da ist jetzt irgendwie schon hier alles in der Stadt fehlt. Bisschen schweiß und harte Arbeit haben noch keinem geschadet. Hi. Nagerfeuer entdeckt. Oh, ein auslöses Turm! Können wir nicht rein tun? Oh, das wäre cool, wenn man hier durchgucken könnte. Was geht ab? Entödlicht. Ich würde gerne mal einen mit Erde trinken. Endlich mal ein Mann, der weiß, wie man das Leben hängt. Ein Osseramwein, der ist noch nicht beschirrt. Unentschirrt. Die Besten waren. Wer will nicht die Besten waren? Die sind die Besten waren. Ja, du hast hier immer Auswahl. Ein paar Speer, so... Und so... Schick! Was hast du denn? Hast du eben so einen mega krassen Schubert? Oha, hier ist ein Jagdbogen. Ein mega krasser... Dieser leichte Bogen lässt sich dann nachladen. Neue Rache. Ein schönes Schaden. Ähm... Ist das richtig? Ich kaufe den Maler ausrüsten. Ja, den ja. Mein Angebot für dich verzeigen. Versprochen. Richtig, ne. Aha. Richtig, diese. Okay. Den habe ich jetzt. Alles klar. Ähm... Meine macht... 21. Aber der macht halt... 15. Feuerschaden. Äh... 25. Okay. Waffen. Modifizieren. 11. Und haben... 11% mehr fahren. 15. Auch mehr Schaden. 15. Und was macht das? Ähm... Was macht das? Das sieht mal jetzt hier aus. Das könnte ich... Äh... 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 Was ist jetzt weg? Wie kack. Wie blöd ist das denn? Ja, jetzt hat er 24 an. Es tut es denn besser. Gehärteter Pfeil. Gehärteter Pfeil. Okay. Das sollte... Das sollte nach unten. Die... So. Alles klar. Die... Irgendwas... Okay. Hier mitten in der Ding... Schockwurz. Und bisschen alt. Okay. Okay. Dann... Nach hier. Bisschen. Wir müssen ja hier. Und dann vielleicht den langen Hals hier. Mal gucken. Hier. Aber erstmal nach hier. Bisschen die Map erkunden. Komm. Kann ich mich abseilen? Oh. Perfekt. Diese Abseil-Animation. Mega geil. Wie geht das? Wie der Router springt. Die aufs Seil wirft. Mega. Okay. Hi. Ach hier. Ölig. Ölig. Meridian. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal eben... Da oben mir die Stadt angucken. Und dann den langen Hals machen. Wenn ich da überhaupt hinkomme. Und nicht... Wenn da irgendwelche Berge sind. Ok. Wget runter. Lagerfeier. Ok. Du guckst,hood kannst du? Oh nein, da hinten wir einen Menschen. Hier geht ein Mensch an. Da ist ein Banditenschärger, der von den Maschinen angegriffen wird. Da fülle... Das ist aber nicht der normale Habicht oder... keine Ahnung. Oh, dann war nach hier oben. Oh, hi, lo! Mit... 25% fast. Oh, was ist das? Was ist das? 25% fast. Oh, der Gewaltfee. Hä? Hi, Pussies. Morgenwacht. Ja, feg mal schön weiter. Okay. Schick. Was war's schon? Ähm... Ja, mehr ist morgenwacht eigentlich auch nicht. Und jetzt würde ich glaube ich gucken, dass ich hier zu diesem Langhals komme. Hätte ich nochmal hier den Bereich aufgedeckt. Müsste ja gehen von hier... Hier sieht man zumindest einen Weg. Das mache ich. Okay, das ist mal enttäuschend, dass er wirklich... Hier kommt die Strafe hoch. Hier stehen... Hier sind eigentlich auch nur Wachen. Also... Wo ist das? Hier ist halt eine Wache vor irgendeiner Tür, wo man nicht reinkommt. Geh weiter, du solltest hier nicht herumlungern. Entschuldigung... Ja... Okay, alles klar. Wir machen uns gleich auf dem Weg zum Langhals. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao!